Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu dem Blitzfazit nach unserem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Am Ende gab es ein 1 zu 1 nach 1 zu 0 Führung, welches leistungsgerecht sicherlich ist, ein verdientes Unentschieden für beide Seiten. Es war ein Spiel, welches defensiv von den Schalkern lange Zeit oder generell nicht wirklich gut war. Vor allem auch für mich Salif Sané heute, warum auch immer, ein etwas größerer Schwachpunkt gewesen. Und nach vorn hin war das teilweise gut, teilweise behebig, teilweise nicht gut ausgespielt und somit am Ende das 1 zu 1 Unentschieden. Wir Schalker gingen ja in Führung nach einem Eckball von Thomas Ovian, Bülter verlängert den und Tirot ist da. Und danach hatte man das Gefühl, Schalke hat das Spiel relativ gut im Griff, es kann eigentlich genauso weitergehen. Ja, und dann fiel das Ausgleichstor für den KSC, weil wir defensiv extrem schwach in der Situation drin waren. Eine Fehlerkette, Ovian lässt eine Flanke zu, Sané bleibt einfach stehen, scheuerend durch und macht das Tor. Also was da defensiv los war, weiß ich nicht. Zweite Hälfte generell, warte Schalke so ab Minute 60, 65 mehr vom Spiel. Nachdem der KSC auch 1 für gute Abschüsse hatte, hatten wir dann zwei richtig dicke Dinge. Einmal Julinov nach einer Flanke, wo er extrem frei auch zum Kopfball kommt und ihn extrem schlecht aufs Tor bringt. Und dann kurz vor Schluss Marvin Piringer mit einer wirklich 100%igen, wo er wirklich überrascht wirkte, was auf jeden Fall auch passieren kann. Und somit holen wir am Ende vielleicht nur einen Punkt in Karlsruhe, der aber leistungsgerecht ist. Auch wenn sicherlich viele Schalke enttäuscht sind, nehmen wir diesen Punkt mit. Und der kann sicherlich noch wichtig sein. Natürlich sagen jetzt wieder alle, ja, du musst gewinnen in Karlsruhe, wenn du aufsteigen willst. Man muss immer gewinnen, egal gegen wen es geht. Jetzt haben wir eben zwei Punkte liegen lassen. Die umhören wir uns eben halt die nächsten Wochen wieder. Und dann geht es auch weiter. Morgen gibt es nochmal das etwas ausführlichere Fazit von mir. Eure Meinung zum Spiel gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.